Willkommen zum schönsten Video des Jahres. Schau, ich hab mich hier drauf. Ja, und zwar, warum schönste Video des Jahres? Ich habe von meiner Foxy mein Weihnachtspaket gekriegt. Ja, und die ist irre. Falls ihr euch, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht sagen. Ich hab mir das gestern schon gesagt, dass sie irre ist. Weil dieses Paket... Ja, wiegt also mindestens 4 Kilo. Und ich war, ja, in der Hinsicht ja 4 Kilo. Ich bin schlecht im Schätzen. Bin mit meinem Hund zur Post. Mit meinem noch etwas unerzogenen Hund. Ja, Peaches, gerade jetzt in der Pubertät. Da könnte man so ein oder andere mal gegen die Wand klatschen. Wäre da so also so schön in der Post. Und als die gute Frau mir das Paket übergab, sagte, um Gottes Willen, hast du keine Hand frei, um deinen Hund zu korrigieren, wenn er gerade mal spinnt. Da habe ich sie regelrecht angefläht. Peaches, sag ich bitte, benimm dich. Geh anständig bei Fuß. Ich habe keine Hand frei, um dich zu korrigieren. Weil, also ich sag mal, ein über 4 Kilo Paket, so nur auf einem Arm oder in einer Hand, macht es sich ein bisschen schwierig. Aber, Gottlob, sie hat mal zur Abwechslung gehört. Ich war voll stolz. So, jetzt. Jetzt werde ich es aufschneiden. Messer. Ich schneide. Natürlich hat es sich wieder zugeklebt, wie sie immer sagt, wie nichts Gutes. Es ist noch schönes Füllmaterial drin. Hundespielzeug. So, es gibt doch aber, da wollte ich doch gerade sagen, ein Weihnachtskärtchen, frohes Fest. Wer ihr Weihnachtsvideo gesehen hat, vom Kartenbasteln, hat die Karte ja gesehen. Habe ich das Schönste gekriegt. Ich finde das mit dem auf alt gemachtes Papier, finde ich nämlich sehr schön. So, das Rostocker Rudel wünscht euch ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Das gleiche wünscht das weiße Pferdser Rudel auch. So, dann wollen wir doch mal sehen. Es geht los. Es geht los mit einer Kerze. Nein, 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 ist es nicht. Und zwar ist es, das ist aber jetzt mehr Trash. Ich wusste, dass sie das reinpackt. Und zwar den Ebelin Professional Nuclelack Entferner. Und zwar ist das der, wo man glaube ich nur einen Finger rein ditscht. Jawohl, da ist das Schwämmchen drin und da ditscht man nur einen Finger rein. Nein, sie hat ja davon Nagelprobleme gekriegt. Also sie konnte sich ja jetzt eine Weile sogar die Fingernägel lackieren, weil er ihr, ich sage mal, sah wirklich aus wie eine Entzündung. Also definitiv. Und ich werde sehen, wie er bei mir ist. Ja, hoffe ich mal, dass er bei mir das nicht verursacht. Und ja, sie hat ja in einem Video angefragt, ob ich es haben möchte. Und da wollte ich es mir ja mitschicken. So, jetzt kommen aber die richtigen Geschenke. Und zwar steht hier für Tapsi und Tommi. Das sind ja meine beiden Miezen. Schönes Papier ist es wieder. So, und zwar haben wir da von Fit & Fun. Einmal Fish Crunchies und einmal Cheese Pockets. Ja, könnt ihr euch schön sehen. Super, Fisch und Chips. Fisch und Käse. Werden sich die beiden auf jeden Fall freuen. Das sind eh die Favoriten hier. Also Käse und Fisch, da muss man wirklich auch passen, dass sie einen die Finger nicht abbeißen. Also, vielen herzlichen Dank im Namen von den beiden. Oh je, was hat sie denn hier? Schreck, das ist was. Eine Tasche. Hat sie da auch noch was drauf geschrieben? Oh je, das kann man auch ganz schlecht lesen. Für Loki und Peaches. Okay, also, dass in der Tasche ist was für die beiden Hundchens. Da haben wir einmal drin ein Futtersäckchen. Ein Snackbeutel. Für unterwegs coolen Rot. Das finde ich geil. Der ist schön. Und dann, das ist aber schön für jeden ein Säckchen extra. Und zwar Knabberkauzeugs. In zwei Säckchen. Super, da werden sich die beiden auf jeden Fall freuen. Einmal frei, ich danke dir, wie verrückt. Aber die geben dieses Zeug auch. Wahnsinn. Toll. So, da sind meine Lieblinge versorgt. Das reicht, ich sag mal, so zwei Wochen bestimmt. Dann gibt es Tee. Tee, 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 Tee. Och, was haben wir hier? Und zwar, von Jogi Tee. Schoko Tee. Einmal. Dann von Messmer. Waldbeere. Von Teekanne. Frecher Flirt. Und der hatte dir doch, glaube ich, ganz gut geschmeckt. Den kaufst du dir doch wieder, hast du gesagt. Da bin ich ja mal gespannt. Und noch einmal Waldbeere und zweimal Sechskräuter von Nelson, von Lord Nelson. Ich werde probieren. Vor allem, ich werde zuerst diesen süßen Flirt rausprobieren. Und dann habe ich hier nochmal marokkanische Minze Honig, auch nochmal für Mesmer. Prima, mein Thema ist sowieso fast alle. Da wird er jetzt auch gleich benutzt. Ach du je, sogar für den Meerschweinchen und der Hasis hat sowas reingetan. Da muss ich ja nun skandalöserweise sagen, sie hat ja auch zwei Bunnies. Da habe ich nun nicht dran gedacht. Für Clara und Linus habe ich ja was im Paket getan, aber für den Nago habe ich nicht dran gedacht. Asche auf mein Haus. Und zwar Knabberstäbchen mit Nüssen und mit Gemüse. Ja, sowas fütterig passt auch jetzt gut, weil solche Sachen fütter ich nur im Winter. Meine Häschen sind ja Allwetter draußen. Und da kriegen die ab Herbst bei mir immer solche, ich sag mal, dieses Kaninchen-Trockenfutter hier mit Getreide und alles Mögliche, wirklich um Fett anzusetzen. Ja, kann man das so nennen. Damit sie schön draußen durch den Winter kommen. Und da werden sie sich definitiv drüber freuen. Nochmal ein Schokotee. Noch einer. Sehr gut. So, ach du je, jetzt kommt, jetzt kommt die Süßmascherei. Da ist eins, hier ist eins. Wie Oster. Oh, mit Minzcreme gefüllt. Hm, was haben wir denn hier? Ist Christmastime. Was haben wir denn da drin? Achso, was mein Time? Da. So, was ist denn da was drin? Was ist denn das? Oh, wie niedlich. Oh, die sind ja süß. Oh, ein 3er-Zett-Ohrringe. Die Schleifchen sind ja putzig. Die mache ich nächste Woche gleich rein. Die passen zu meinem roten Pullover, den ich nächste Woche anziehen will. Geil. Die mache ich gleich rein. Die sind voll süß. Dankeschön, Fuchs. Die sind voll süß. Ja, du hast ja auch eine ganze, eine ganze flotte Ohrringe von mir gekriegt. So. Die sind niedlich. Oh, die sind voll süß. So, dann gibt es Süßmaschereien. Und zwar mit Minzcreme gefüllt. Habe ich jetzt gerade drei Stück gefunden. Mal sehen, vielleicht liegt hier auch wieder noch mehr rum. Ach ja, ich glaube hier unten. Ich glaube, da ist noch was. Ja, ganz viel. Ja. Ich liebe ja diese, also solche, solche, solche. Ich sage mal After-Aid-Sachen mit Minzcreme gefüllt. Und ich liebe ja auch Pfefferminz, Eis und solche Sachen. Ach, da könnte ich mich, da könnte ich stundenlang, da könnte ich fressen ohne Ende das zu. Ich probiere gleich mal eins. Also die sind sehr lecker. So. Für Sven. Also für meinen Mann. Tada. Schatz, hier ist auch was für dich dabei. Und da würde ich mich auch freuen. Und zwar von Hallorne, die Stracciatella-Hallorne-Kugeln. Die sind auch lecker. Die sind richtig lecker. Mittlerweile gibt es ja haufenweise Sorten von den Hallorne-Kugeln. Ah, die Stracciatella, die schmecken wirklich gut. Keine Angst, Trix, die darf er auch gerne haben. Also da muss er keine Angst haben, dass ich sie wegfuttere. Und noch was für meinen Mann. Es sind sogar zwei Sachen für dich, Schatz. Hä? Danke, soll ich sagen? Fühlt sich wieder duschgelig an. Oh, von Isanamen. Duschgel, herbe, frische, kühlt und erfrischt mit Menthol. Oh, Menthol ist... Das ist nicht schlecht. Ich schnüffel da jetzt dran. So. Ja, gefällt mir. Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Also danach darf er sehr, sehr gerne riechen. Danke, liebes Füchs. Auch wie ich ja schon gesagt habe, im Namen meines Mannes. So, was haben wir denn da? Vorsicht. Kann kaputt gehen. Okay. Das Papier ist ja süß. Total niedlich. So, dann müssen wir mal ganz vorsicht. Da hat sich schon ein Klebestreifen gelöst. Oh, was ist denn? Ein Haarbein. Mit Haargummis. Mit Haargummis. Der Glitter, der ist richtig fest drauf. Das ist jetzt hier nichts, was abbröselt. Das ist schön. Das müssen wir hier ein bisschen rüber tun. Und auch passen, dass ich jetzt nicht auf einen Kater packe, der nicht hier neben mir pennen. Was haben wir denn hier? Ein Plastiktütchen. Oh, was zum Anweihnachtsbaum hängen. Das ist schön. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ah, das klingt nach Badesalz. Rote Beeren. Das könnte ein Badesalz sein. Und zwar von Dresdner Essenz Winterbeerenbad mit Beerenduft und Mandelöl. Entspannt und wohltuend. Entspannend und wohltuend. Oh, Limited Edition. Sind 50 Gramm drin? Ne, 60. 60 Gramm sind da drin. Das nehme ich dann auch heute Abend gleich, ne? Ich will nachher eh in die Badewanne heute Abend und da wird das gleich genommen. So, was haben wir denn da? Nummer 2 von... Nein, da versuche ich noch nach der Nummer 1. Sparkling. Na, von der Aufmachung sieht das doch aus wie ein Nagellack, oder? Ach, guck mal mal. Oh. Ach, mein Füchse meint immer so gut mit einpacken. Ich bin da immer so was von... Naja. Ja. Also, Nagellack hatte ich schon mal recht. Ach, der ist aber schön. Das sieht aus, als hätte man dann nachher so gefroren, so Eiskristalle drauf. Das ist ja schön. Sparkle and Zend. Also bedeutet, hast du dann nachher eine rauhe Oberfläche drauf. Und der heißt, Das ist die 24 Eiffel Gritty. Ah, halt still. Weiß nicht, ob ihr das genau lesen könnt. Der ist ja hübsch. Super. Was habe ich dann? Ich hoffe, du magst es. Der Topko, das ist geil. Das ist schön. Kann ich es doch nächste Woche noch nicht gleich nehmen, weil das hat schon Glitzerzeug drin, was ich nächste Woche drauf mache. Melmerio, it's dream time. Ein Eau de Parfum. Oh, also 10ml, darf man nicht so viel von nehmen. Ich habe noch nichts drauf heute. Kann ich gar nicht mehr weiter essen. Das ist aber eine süße Aufmachung von dem Flakon. Der ist ja hübsch. Also ja, Fuchs, ich mag es. Oh, das riecht sehr gut. Das erinnert mich irgendwie. Irgendwie erinnert mich das an was. Ach so, halt. Das ist eine Verpackung. Verpackung. Ich glaube, irgendwie erinnert mich der Geruch an den Geruch, wenn man sowieso in der Kosmetikabteilung ist. Irgendwie. Das ist schön. Was haben wir hier? Abschminken muss sein. Ja, sehr wichtig. Auch wenn man keinen Bock hat. Und wenn man nur ein Kosmetiktuch dann nachher an den Abend nimmt. Hauptsache man nimmt sich das ein bisschen runter. So, was haben wir denn da? Ja, ich brauche auch keinen neuen zu kaufen. Das ist gut. Der wird wohl gleich nächste Woche einziehen ins Bad. Und zwar von Balea. Mein geliebter Augen-Make-Up-Entferner. Mein anderer von Essence, der ist jetzt eh fast alle. Der wird, denke ich, wenn er noch nächste Woche durchhalten, dann ist er leer. Da kann der auch gleich einziehen. Wunderbar. Vielen Dank. Brauchen wir keinen neuen zu kaufen. Tolle Aufmachung. Mhm. Gut, was ist es? Ein Puder? Ein Blasch? Zumindest fühlt sich das hier so von den Viereckigen so an. Alter, da hast du das wieder zugeklebt, Mensch. Ja, die Aufmachung ist wirklich toll. Ich muss es euch aber auch machen, weil... Aber ich sehe schon durch, was es ist. Und zwar aus der Essence LE. Ey, großer Koffe. My Heart is Beating like a Jungle Drum. Und zwar ist es das Blasch. Aus dieser Essence LE. Ich sage mal, dieses Paradise oder Tropical. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie sie hieß. Und in der Aufmachung hat sie von mir im Weihnachtspaket auch ein... Also aus dieser LE ein... Spuck's doch mal aus. Ich habe jetzt ein Eyeshadow gekriegt. In Apricot. Ja. So sieht es also aus. Ist das... So sieht sogar... So sieht es sogar ein bisschen zweiförmig aus. In einem schönen, kräftigen Pink. Oh, es geht aber. Oh, es ist schön weich, schön pudrig. Ja, also es ist gar nicht so... Gar nicht so doll. Das ist schick. Das ist sehr, sehr schick. Das gefällt mir. Oh, Katerchen. Er guckt hier auch so mit. Hier steht drauf, matt. Also haben wir hier also einen matten Nagellack. Würde ich mal so tippen, ne? Und da aufmachen geht es auch so aus wie Essenz. Äh, die Fiduze hätte ich gar nicht. Das alles nochmal so hier in... In solches... Oh Gott, in diese Plastiklinge zu wickeln hier. Ja, kann ich nicht. Ich hoffe, dass bei ihr nichts kaputt gegangen ist. Weil, also so habe ich das noch nicht gemacht. So. Geil. Matteffekt und zwar in Gummi. Gummi Touch Top Coat. Der 31 Bounce Bounce. Oh, herrlich. Da füllen sich dann gerade die Finger oben an wie Gummi. Das ist ja cool. Also sowas habe ich echt noch nicht. Das fällste Ding. Da ist schon alles Mögliche im Schrank. Bei den 200 Nagellacken wird das doch noch nicht. Was? Okay, kann ich nicht lesen? Was? Schmodelig. Spoh. Alter, tut mir leid, Hübsi. Ich kann es nicht lesen. Ich weiß nicht, was es heißen soll. Sputelig? Keine Ahnung. Mal sehen, vielleicht komme ich drauf, wenn ich es ausgepackt habe. Sputelig, das gibt ja noch. Weiß doch keinen Sinn. Ach, jetzt habe ich es. Das soll sprudelig heißen. Okay. Und zwar Sprudelbad. Deine Verführung. Mit Jojobaöl. Sprudelndes Pflegebad mit Granatapfelduft. Sprudelig soll es heißen. Ach so. Ach je, da muss ich mich ja jetzt entscheiden. Was nehme ich nun heute als erstes? Entweder das von Tresdener Essens oder hier das von Isana. Aha. Nummer 1 von 2. Und zwar nochmal aus dieser Paradise, äh, Paradise, äh, Ehe. Die 01 You Can Touch kennen. Und zwar der Lidschatten. In einem, naja, äh, glitzernden, äh, oder erisierenden, äh, ich wollte mal sagen, moosgrün, grau, so. Was ist denn das, Luki? Was ist das, mein Schatz? Luki steht hier und guckt mich an. Sieht aus, als ob er gleich wifft. Einmal hier. Ja, es ist mehr so, wirklich so, je nachdem wie man es ins Licht hält, also ich sehe es im Moment als braun. Aber er schimmert, wie gesagt, so, je nachdem wie ich es ins Licht halte, schimmert er auch grün. So, wenn ich ihn jetzt so halte, sieht er nämlich grün aus. Geil, naja, wir sind tropen, weil es eben so ist. Ist richtig schön. Die ist so geil. Die werde ich auch nicht wegtun, die, das kommt bei mir auf den Schminktisch. Ach, und Nummer 2 von 2. Also würde ich sagen, noch einer aus dieser L.E. Auf Kopf, geh doch auf. Das soll ich doch nicht so harten, ey. Mensch, wirks, wenn du das, ey, das ist doch irre, dass du da die Fiduze hast, das so zuzumachen. Also ich dachte, in dieser L.E. gab es drei Lidschatten. Und Gott sei Dank, hat sie da wirklich mir die anderen beiden gekauft. Weil, ich habe ja gesagt, ich habe ja auch einen aus dieser L.E. geholt. Den in Aprico. Und den habe ich mir selber aber auch gekauft, weil ich den so geil fand. Und sie hat mir die beiden anderen besorgt. Sie wusste ja aber nicht, dass ich mir den Aprico selber schon gekauft hatte. Der ist jetzt wirklich so ein schönes, dunkles Lila. Was je nach Lichteinfall auch blau aussieht. Also wenn ich es hier auf dem Finger habe, sieht es blau aus. Wenn ich es hier jetzt so ins Licht halte, sieht es aber lila aus. Ehrlich, ich sehe jetzt klar, ich sehe aus wie kleiner Tropenwald. Geil. Ach, die sind wirklich richtig schön. Es ist so eine tolle Aufmachung, ehrlich. Also manchmal, da kauft man das Zeug doch ehrlich, nur damit man sich es hinstellen kann. Da geht es gar nicht ums Benutzen, sondern einfach als ganz normales Dekoartikel. So, den habe ich auch. Sieht verdächtig lippenstiftig aus. Also ich möchte mal nur so halb so viel Tützchen haben, was einzupacken. Wie du, ehrlich. So, und zwar ein, eine Lippencreme müsste das sein. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Von Essence. Steht auch nicht drauf. Flüssiger Lippenstift steht drauf. Aber eine Farbe. Doch, 05 Peach Party. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Also riechen tut danach nichts. Mit so einem kleinen, aber dicken Applikator. Der Lippen schmieren kann ich mir ja jetzt nichts. Oh ja. Es ist zwar mehr pink. Ich sehe jetzt Peach. Aber er heißt Peach Party. Aber ich finde, er ist mehr, es ist so eine Mischung, so zusammengewürfelt aus Pink und Aprikot, finde ich. Sehr schöne Farbe. Werde ich aber erst ab Frühling-Sommer tragen. Sehr hübsch. Oh, Fuchs, was hast du denn hier noch alles drin? Let's Pink and Schmink. Ja, da hat sie mich ja schon vorgewarnt. Und zwar mein Pink aus meiner Schrottpalette ist ja fast alle. Und sie will ja, dass ich mir weiter meine Pinky Eyes schminken kann. Und das ist das, ich glaube, das ist das Einzige, was sie mir gezeigt hat. Das müsste ein extrem pinker Lidschatten sein. Ach, ich würde es aufkriegen würden. Ach, jawohl. Oh, du Scheiße. Das tut ja in Augen weh. Revolution, Make-up Revolution London. Der bämmt ja richtig in den Augen. Herrje. Oh Gott, wie geht denn der auf? Der geht nicht auf? Ach so, der ist noch zugeklebt. Ja, da lasse ich ihn auch erst mal zugeklebt. Aber meine Fresse. Der ist ja echt extrem. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich soll ja von den Sachen soll ich ja sowieso ein Schminkie drehen. Also ich glaube, da werden ja mehrere Schminkies draus. Und da bin ich ja echt gespannt auf den. Irre. So, ich hoffe, du findest dafür ein schönes Plätzchen. Ist zerbrechlich. Also ich höre nichts klappern. Also scheint es Gott sei Dank ganz zu sein. Oh, das sieht so schön aus. Oh, ein Teelichthalter. Ja, sag ich dir, wo das schöne Plätzchen ist. Also entweder hier bei mir auf dem Stubentisch oder im Stubenfenster. Weil da habe ich immer Teelichter an. Und oh, ist das hübsch. Das ist voll schön. Also sowas Schönes hat sie diesmal von mir nicht gekriegt. Ich glaube, im Geburtstagspaket hatte ich ja auch so hübsche Teelichter, die man so aufhängen konnte. Aber diesmal hat sie sowas Hübsches nicht. Danke, danke. Leider habe ich mittlerweile schon die drei Ersatzteile ausgepackt. Und zwar stand auf den Verpackungen Ersatzteil 1. Ist hier, dass ich wieder eine kleine Himbeere sein kann. Das Duschgel von Balea Magic Fairy Tail mit Himbeer und Magnolienduft war Ersatzteil 1. Ersatzteil 2, die dazugehörige Body Lotion. Und Ersatzteil 3, das dazugehörige Bodyspray. Also, Cindy wird ab Frühjahr wieder eine Himbeere sein. Vielen Dank, mein liebes Füks. Ganz, ganz super. Und dann hatte ich auch schon jetzt noch aufgemacht zum Aufkleben. Aber die Klebe-Mischstand drauf. Und zwar... Steht es drauf? Nein. Und zwar Nagelsticker. Im süßen, kleinen Rosen-Design mit verschiedenen, ich sag mal, kleinen Glitzersteinchen drauf. In Gelb, Weiß, Blau und Rosa. Sowas habe ich nun echt noch nicht. Weil ich sonst eigentlich bei dem alten Job immer nicht dazu gekommen bin. Weil das hätte ich mir sonst jedes Mal wieder abgekratzt. Also habe ich mir sowas immer noch nicht geholt. Aber jetzt werden sie definitiv verwendet. Versprochen. So, dann hole ich mir das Paket mal wieder hier drauf. Es ist ja immer noch haufenweise drin. Halt. Und was noch fehlt, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Dieser hammergeile Schal, wo auf der Verpackung stand. Uli hat den auch. Fast in der gleichen Aufmachung. Der ist so schön. Den werde ich definitiv niemals zu benutzen beim Hundegassi oder sowas. Sondern den werde ich definitiv nur tragen, immer dann, wenn ich auf Arbeit fahre. Der ist sowas von voll schön. Ich danke dir wie bekloppt. Also ehrlich. Das ist der absolute Hammer. Dann geht es weiter. Hier steht, die zweite Hälfte befindet sich bei Uli. Falls jetzt einer doch denkt, um was für eine Uli es hier jedes Mal geht. Uli hat denselben. Oder hier wieder was mit Uli. Uli ist Uli's Vlog. Uli's Vlog zum Vlog. Genau. Jetzt habe ich es. Das sind meine beiden Rostocker Mädels. Auch an dich einen lieben Gruß, Uli. Ich weiß genau, du wirst es auch sehen, das Video. Was unsere Füchs hier so zusammengepackt hat. Der Uli habe ich ja jetzt ein Trashpackchen gemacht. Ich habe ihrs schon. Und sie hat meins gestern auch bekommen. Und zwar, davon sperrt die Foxy Fox ja bis zum Get-Node. Sie hatten mir ja verboten, welche zu kaufen. Also wusste ich, ich kriege welche. Und zwar die neuen Reinigungstücher von Balea. Von Balea habe ich bekloppt. Von Nivea. Entschuldigung. Meine Güte. Die sollen ja super sein. Ich habe sie mir deswegen noch extra noch nicht gekauft, weil ich schon wusste, ich werde eine Packung bekommen. Und ja, das war ja ein Doppelpack. Und deswegen, die andere Hälfte ist bei Uli. Da habe ich eine Hälfte und sie. Vielen herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr gespannt, die auszuprobieren. Weil du schwärmst ja davon so, dass die so toll sind. So, und zwar steht hier drauf Mini. Ein bisschen beeilen. Jetzt scheint das Speicherplatz fast leer. Oder Akku, irgendwas. Und zwar haben wir wieder einen Nagellack. Ach, ich bin mir das noch nicht immer so aufpacken. Fest einpacken wird es. So, und zwar von, es ist Baby Pink von Your Star Nail Polish. Das passt ja perfekt. Ich habe meinen Baby Pinken, habe ich jetzt gerade an Uli verschenkt. Jetzt kriege ich einen neuen. Ist ja toll. Wo bin ich denn so? Hier ein Haar. Super, super. Vielen Dank, liebe Füchs. Das finde ich geil. Ich verschenke Baby Pink und kriege Wett. Das ist cool. Sommerfeeling im Winter. Ah, herrlich, ey. Das finde ich jetzt gerade total witzig. Ah, nee. Geil. Oh, ein Rasiergel. Ein Rasiergel. Und zwar von Balea. Das ist Rasiergel Coconut Kids. Mit dem Duft von Kokos und Hibiskus. Für empfindliche Haut. Super Rasiergel habe ich ja so immer nicht im Vorrat. Da kommt das auch sehr bald zum Einsatz. Was haben wir hier? Naildesign? Fragezeichen. Na, nochmal Aufkleber. Deswegen, naja, jetzt lohnt es sich ja wenigstens. Ich habe bloß heute noch nichts drauf, weil heute ist Sonntag und dann mache ich da meine Nägel eh heute Abend neu. Und ich will aber hier noch ein bisschen was sauber machen. Und da wäre es gut, wenn ich mir dann meinen Lack schon abkratze. So, und zwar sind das hier so süße, kleine Nagelstreifen, die man abrollen und aufkleben kann. In so einem niedlichen Goldschimmer. Oh, ich habe noch nicht viel Zeit in die Kamera gemacht. Gleich schlapp. Ich hätte jetzt schon dreimal schlapp gemacht. Also hier, sowas. Super, sowas habe ich echt noch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, weil sich sowas bisher immer nicht, weil mir gelohnt hat. Ich habe immer noch drei Sachen. Oh mein Gott. Fix ehrlich. Mini 2. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Obwohl ich das so ungern mache, dann hier so fix. Und auf die Schnelle und so fort. Das wird mir jetzt nur noch ein paar Mal kurz passieren, dass ich fix aufstehen muss. Ich glaube nicht, nimmt das jetzt auch alles auf. Oh, fix wie ehrlich. Oh, der ist ja schön. In einem richtig kräftigen Petrol. Noch einmal von dieser Your Star Reihe. Kräftiges Petrol. Bin ja gespannt, wie der ist. Mit dem von Catrice bin ich ja nicht ganz zufrieden. Den ich so jetzt immer getragen habe. Dann habe ich hier gut im Winter. Und zwar von Essence Lovejoy Care. Carrying Lip Balm. Sehr schön. Gar nicht meine, gar nicht meine, na sag doch mal, Lippen-Balsam-Sammlung noch weitererweiterung. Da habe ich ja auch gerade so einen Haufen. Und für mich riecht es wie Huba-Buba. Das mochtest du doch gar nicht so wirklich, oder? Das braucht ja doch auch ein bisschen too much. Jeden Tag Shampoo. Jeden Tag Shampoo. Himbeer und Vanille. Wunderbar. Sehr schön. Also habe ich sogar jetzt noch was für die Haare, wo ich nach Himbeeren rieche. So, nochmal ganz schnell. Füchsi, ich danke dir, wie wahnsinnig. Du bist doch bekloppt. So ein riesen Paket. Die Sachen sind alle, 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 alle wunderschön. Und ich danke dir, wie wahnsinnig. Und ich hoffe, du freust dich genauso über das, was ich dir zusammengepackt habe. Und ja, ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und ich danke euch fürs Zusehen. Und bitte, bitte schaut euch auch an, was ich Füchselein geschickt habe. Ja, das Video verlinke ich euch dann bei mir mit in der Infobox. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.